So, das andere und häufig diskutierte Thema und das ist mit Sicherheit ein großer Punkt für den Astro Pixel Prozessor, das ist das Handling, die Bedienung, die Einfachheit der Bedienung. Und auch da habe ich mal einen kleinen Einspieler gezeigt, um euch einfach mal die Oberflächen und Besonderheiten bei der Software zu zeigen. Und da wird ziemlich schnell klar, glaube ich, welche Software erstmal einfacher zu bedienen ist. Das ist also die Benutzeroberfläche von Astro Pixel Prozessor und der Amerikaner würde sagen, das ist alles sehr straight forward, also ist relativ übersichtlich und leicht zu bedienen. Man kann sich das hier so vorstellen im Uhrzeigersinn, also hier über diese Felder lädt man zum Beispiel die Bilder rein in diesen Ordner. Hier unten sieht man dann die Bilder auch nach Typ angezeigt und ich kann hier irgendwie mal durchblinken. Das ist der einzige kleine Nachteil, das dauert relativ lange, bis das hier dargestellt wird. Da wird mir jetzt mein Bild angezeigt. Ich habe hier auch ein Bild schon mal gesteckt und auch das kann ich mir selbstverständlich anzeigen lassen. Hier finde ich dann auch alle möglichen Infos, wie zum Beispiel Isogain, Belichtungszeit und so weiter und so fort. So, hier kann ich die Bilder dann alle reinladen, Lights, Flats, Darks, wie sie alle heißen und so weiter und so fort. Dann gibt es hier diese Felder, wo ich dann Einstellungen vornehmen kann und was viele, denke ich mal, gerne benutzen ist, wenn man hier auf den Reiter Integrate, also das eigentliche Stacking geht, dann kann man hier quasi nach dem Laden der Bilder sofort auf Integrate drücken und alles, was man hier so an Einstellungen eigentlich von Hand vornehmen muss, wird dann automatisch aufgrund, sage ich mal, der Datenlage eingestellt. Das finden natürlich viele Leute sehr einfach und toll. Problem ist, wenn hier mal ein Problem auftaucht, dann wissen die meisten eben nicht weiter. Deswegen finde ich es doch wichtig, dass man sich mal die Einstellungen alle angucken, einigermaßen versteht. Dann hier oben gibt es ein bisschen was zur Prozessorleistung und so weiter und so fort. Hier kann ich mir die Bilder zum Beispiel anzeigen lassen im linearen Zustand. Ich kann sie mir kalibriert, wenn ich eine Kalibrierung mache, anschauen. Ich kann mir anschauen, wie sie registriert und normalisiert ausschauen und ich kann mir die Star Map anzeigen lassen. Da geht es also hier um so Statistikwerte, die, sobald man hier einmal das Ding Analyze Stars ausgeführt hat, kann man sich die Star Map auch anzeigen lassen. Und hier auf der rechten Seite hat man dann noch ein paar Einstellungen. Da geht es um die Einstellung der Bilddarstellung hier und letztendlich auch um eine einfache Bildbearbeitung in Form eines Stretches. Hier unter Tools gibt es noch so ein paar Bildbearbeitungsdinger, wie zum Beispiel unter Batch Rotate, Resize oder Batch Modify kann ich das Bild drehen oder kroppen. Ich kann die Lichtverschmutzung, also Gradienten entfernen. Ich kann eine Farbkalibrierung machen und so weiter und so fort. Das ist also recht übersichtlich. So, das ist die Bedienoberfläche von PixInsight und das sieht mal ganz komplett anders aus wie Astro Pixel Prozessor. Und ja, hier gibt es gar keine irgendwie Knöpfchen. Was kann ich jetzt machen? Ja, intuitiv würde man vielleicht sagen File Open. Da könnte man dann mal ein Bild öffnen. Ja, ich öffne mal hier irgendein Bild. Zum Beispiel das hier. So, und dann dauert es eine Zeit lang. Hier geht immer so ein Ding auf. Das nennt sich Prozesskonsole. Sobald PixInsight irgendwas macht, öffnet sich das und dann bekomme ich hier ein Bild. Das ist erstmal dunkel und jetzt vermisse ich natürlich hier irgendwo Knöpfe. Ich könnte mal hier oben suchen, ob da irgendwelche Schaltflächen sind, mit denen ich das Bild gegebenenfalls heller machen kann. Da habe ich zufällig einen gefunden. Drück mal drauf. Okay, da wird das Bild heller. Ja, gut. Und wenn ich jetzt aber ein Bild stacken will, ja, finde ich hier, ich finde irgendwie nichts, was mir intuitiv sagt. Auch hier links irgendwie, hier kannst du Bilder stacken. Also dann, okay, muss ich wissen, das ist unter den Prozessen. Dann suche ich mal unter den Prozessen vielleicht. Stacking, stacking, stacking. Unter S gibt es nicht. So, dafür gibt es Sachen wie Star Alignment und es gibt andere Prozesse wie Image Integration und Image Calibration. So, was ich jetzt vorhin im AstroPixel Prozessor gemacht habe, das wird hier in einzelnen Prozessen dargestellt. Also, ihr erinnert euch noch an diese weißen Felder im AstroPixel Prozessor, wo dann steht, integrate oder normalize oder was auch immer. Und das sind hier einzelne Prozesse, die ich also jetzt der Reihe nach durchführen muss. Und ihr seht schon hier, es gibt wahnsinnig viele Aufklappmenüs und unfassbar viele Einstellungen, von denen ich überhaupt gar nicht weiß, was die alle bedeuten. Und das ist die Sache eben mit PixInsight, warum viele Leute sagen, ey, das kapiere ich einfach nicht. Das ist mir viel, viel, viel zu kompliziert. Ja, und kompliziert ist immer so ein Wort, es ist halt einfach viel. So, es gibt aber ein Skript und das heißt Weighted Batch Preprocessing. Da vermutet man jetzt auch nicht unbedingt, dass sich dahinter ein Stacking verbirgt. Aber wenn ich das mal öffne, dann wird euch eher ein Licht aufgehen. Da wird ihr eh sagen, ah ja, damit kann ich was anfangen. So, hier habe ich eher was, was an einen Stacker erinnert. Ich kann hier Lights hinzufügen. Ich habe hier so Reiter mit Lights und Plus Lights. Das ist intuitiv, ja. Wenn ich sowas sehe und sage Plus Lights, okay, da klicke ich drauf. Und dann weiß ich, okay, dann öffnet sich ein Ordner und dann kann ich hier meine Lights hinzufügen. Das ist ja logisch. Also das ist dann eher wieder das, was ihr vielleicht auch gewohnt seid. Ja, und wenn es dann aber darum geht, irgendwie die ganzen Einstellungen hier vorzunehmen, da kommen wir ohne Anleitung, kommen wir da nicht weit. Das ist ganz einfach so. Und ja, ich hoffe, dass ich mit meinen Videos da irgendwie meinen Beitrag dazu tue. Aber wie gesagt, es gibt ja sehr viele. Es gibt Bücher, es gibt sehr viele Tutorials zu der ganzen Geschichte. Aber ihr müsst euch vorstellen, das ist ein Skript. Ich zeige euch nochmal kurz, was und zwar, es gibt hier diese ganzen Prozesse. Wenn ich die mal aufrufe, All Processes, das sind, ich habe mal gezählt, 100 Stück. Also es gibt hier 100 Prozesse. Jetzt sagen auch wieder Leute, irgendwie das ist mir viel zu viel. Ehrlich gesagt, ich habe noch nie irgendwie, also 70 Prozent der ganzen Sachen benutze ich kaum bis gar nicht. Und ein paar habe ich noch nie benutzt, irgendwie, was weiß ich, Restoration Filter. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ja, habe ich noch nie benutzt und brauche ich offensichtlich für meinen Workflow auch nicht. Also ich habe 100 Prozesse. Dann habe ich aber zusätzlich noch mindestens nochmal so viele hier Skripte. Allein hier findet sich eine Sammlung von Skripten. Die benutze ich relativ regelmäßig. Einige davon auch nicht alle. Aber einige wenige brauche ich einfach für meine Arbeit. Und das heißt, ich habe unerschöpfliche Möglichkeiten, quasi in Pixenside zu arbeiten. Das ist eben das, was das ja, wo man dann sagt, okay, da ist die Lernkurve aber sehr steil. Ja, natürlich ist es aber auch sehr groß. Ja, AstroPixel Prozessor ist straightforward. Da kann man auch relativ intuitiv rangehen. Und man kann sich zum Beispiel mal irgendwie einen Nachmittag die Tutorials anschauen, die ich gemacht habe hier auf dem Kanal. Und dann hat man das an einem Tag oder in einer Stunde vielleicht sogar drauf. Und sagen wir so, nach einer Woche arbeiten damit ist das völlige Routine und kein Problem mehr. Und was viele, glaube ich, gerne nutzen, ist die Methode, die ich immer Automatikmodus nenne. Dass man also wirklich quasi nach dem Laden der Bilder einen Knopf drückt und dann AstroPixel Prozessor automatisch die besten Einstellungen wählt, wenn es denn die besten sind. Aber ja, nach gewissen Kriterien die besten Einstellungen wählt und dann die Bilder stackt. Und ich glaube, das finden viele einfach sehr praktikabel, ganz toll. Und ehrlich gesagt, finde ich das auch ganz toll. Pixenside hingegen, da ist die Oberfläche, die Bedienoberfläche der Software erstmal ganz anders wie alles, was wir vielleicht kennen. Da muss man sich erstmal zurechtfinden und ohne Tutorials, ohne Anleitungen findet man sich da intuitiv zumindest überhaupt gar nicht zurecht. Das heißt, man muss hier wirklich arbeiten, sich die Software erarbeiten. Und ich habe aber auch schon jetzt ein paar Mal gesagt, dass die Software viel umfangreicher ist und deswegen natürlich auch erarbeitet werden muss und auch länger erarbeitet werden muss. Und man redet da immer von einer steilen Lernkurve. Also man muss sich irgendwie den Berg hinauf ziemlich abrackern. Was es in Pixenside nicht gibt, das sind Ebenen. Es gibt zwar Vorschauen, aber auch nicht bei allen Prozessen. Das heißt, es ist nicht so haptisch, optisch wie zum Beispiel in Adobe Photoshop. Es funktioniert viel nach Zahlen und wer technisch ein bisschen interessiert ist oder auch aus der Programmierung zum Beispiel kommt, der wird die Software lieben. Auch Leute, die irgendwie auf Linux-Basis arbeiten, werden das lieben. Aber ich kann auch verstehen, wenn Leute sagen, das kommt mir gar nicht entgegen. Vor allen Dingen dann, wenn man eher aus der Fotografie kommt, von Photoshop oder Lightroom herkommt. So, mal ein paar Besonderheiten. Für mich einer der tollsten Features in Pixenside ist die sogenannte Dynamic Background Extraction. Das ist, wenn man so will, das Herz der Software. Es gab früher eine Vorgängerversion von Pixenside, die hieß Pixenside LE. Und das war nur dieser eine Prozess, Dynamic Background Extraction. Und das ist für mich das beste Tool, was es gibt für die Gradientenentfernung. Das ist unschlagbar. Ich habe da, glaube ich, schon drei Videos zu gemacht. Man kann damit sensationelle Sachen machen. Das würde ich wirklich, wirklich vermissen, wenn es die Software morgen nicht mehr gäbe. Dauert aber auch, bis man das Tool verstanden hat. Und ja, wie gesagt, ich habe schon, glaube ich, drei Tutorials dazu gemacht. Beim Astro Pixel Prozessor gibt es auch eine Gradientenentfernung. Die ist auch super. Ich mag die auch sehr. Aber sie ist nicht ganz so, ich kann nicht ganz so zielgerichtet arbeiten. Ich muss viel hin und her arbeiten. Nun, manchmal passiert es auch, dass ich zu viel abziehe vom Bild. Das sieht dann ganz komisch aus. Oder dass ich echt eine halbe Stunde oder eine Stunde davor sitze und immer wieder vor und zurück irgendwie und komme irgendwie auf keinen grünen Zweig. Ja, manchmal ist es so, manchmal ist es so. Ich habe beide Softwares und ich habe das schon, dass ich irgendwie in der einen Software nicht auf den grünen Zweig gekommen bin, dann zur anderen Software gewechselt bin. Und vice versa. Also, ja, aber für mich ist die DBE in PixInsight immer noch das Nonplusultra. Farbkalibrierung, das ist in PixInsight mehrfach vorhanden, aber auch noch nicht so lange. Also die von mir favorisierte B-V oder fotometrische Farbkalibrierung, die gibt es auch erst seit ein paar Jahren. Dann gab es aber gleich zwei Tools, mit denen man das machen konnte. Es gibt nämlich ein Tool und ein Skript. Und dazu, und das funktioniert aber wunderbar, muss man natürlich auch wissen, wie das funktioniert. Dann gibt es noch eine ganz simple Farbbalance-Methode, die auch vorher schon implementiert war in der Software. Also insgesamt gibt es drei Methoden, um die Farben ausgeglichen hinzubekommen. Beim AstroPixel-Prozessor gibt es zwei Methoden, aber in einem Werkzeug eingepackt. Man kann nur die Methoden ändern. Und da habe ich so den Eindruck, also das muss man erst mal auch verstehen, wie das funktioniert. Und ich habe dazu auch ein Video gemacht und habe den Eindruck, das benutzen nicht so viele. Also ich glaube eher, dass das nicht so häufig angewendet wird, weil es auch nicht automatisch ist. Man muss da also selbst noch so ein bisschen, das ist zwar physikalisch und fotometrisch, man muss trotzdem irgendwie nach Augenmaß das machen. Das finde ich irgendwie unausgereift. Und mein Bauchgefühl sagt mir, ganz, ganz, ganz wenige nutzen das überhaupt nur. Hier würde ich mir eine automatische Farbkalibrierung, so wie in PixInsight auch wünschen. So, andere Besonderheiten, Cometen-Stacking zum Beispiel, können beide Softwares. In APP ist das noch nicht so lange implementiert. In PixInsight weiß ich gar nicht, wie lange es das schon gibt. Aber es gibt in beiden Werkzeuge zum Cometen-Stacking. Und das funktioniert, glaube ich, in beiden Softwares auch ganz gut und ganz gut nachvollziehbar auch. Was wirklich PixInsight irgendwie so gar nicht, zumindest nach meinem Empfinden, hinkriegt, ist Mosaike. Also da habe ich es neulich nochmal versucht und habe mich wirklich abgemüht und bin überhaupt nicht auf einen grünen Zweig gekommen, obwohl es da Methoden, auch mehrere Methoden zu Mosaike-Erstellen gibt. Und das kann APP fantastisch gut. Und ich bin dann einfach zu AstroPixel-Prozessor gewechselt und hatte innerhalb von wenigen Minuten ein allglattes Ergebnis. Und allein dafür wäre es mir persönlich die Anschaffung vom AstroPixel-Prozessor wert. Also das ist wirklich wie in keiner zweiten Software. Es gibt ein Video auf der AstroPixel-Prozessor-Seite, wo der Autor das mal mit einem echt krassen Mosaik vormacht. Mit ganz verschiedenen Brennweiten, verschiedenen Belichtungszeiten. Das ist echt so scheinbar zumindest planlos gemachtes Mosaik. Ist, glaube ich, doch schon so ein bisschen mit Köpfchen gemacht. Aber man hat so den Eindruck, ey, hier kommen ganz verschiedene Brennweiten zusammen. Und der Autor zeigt da in einem recht langen und auch langwierigen Video, wie das geht. Und das war für mich das beste Video irgendwie in der Serie, wo ich am meisten über die Software gelernt habe auch. Ich habe mal, das seht ihr vielleicht in der Astro-Vorschau immer, ganz am Anfang kommt dieses Milchstraßen-Panorama, was ich mal gemacht habe, wo ich mit 24 Millimeter die komplette Milchstraße mal oder Teile der Milchstraße fotografiert habe. Das habe ich auch in AstroPixel-Prozessoren nicht mehr hinbekommen. Dafür habe ich so eine Panorama-Software benutzt. Also da liegen dann die Grenzen. APP kann auf Knopfdruck Schmalbanddaten extrahieren. Wenn man mit einem sogenannten Duo-Narrowband-Filter gearbeitet hat, kann man einstellen, bitte zieh mir nur das H-Alpha raus oder zieh mir nur das O3 raus. Das gibt es so einfach auf Knopfdruck in PixInsight nicht. Wer also sowas gerne hat und somit gerne arbeitet, der findet da eher eine gescheite Möglichkeit dafür. Das ist in PixInsight einfach ein bisschen umständlicher. Umständlicher mache ich in PixInsight ehrlich gesagt auch deshalb nicht. Mehrere Nächte stacken, mehrere Kanäle stacken, das geht in beiden Softwares überhaupt gar kein Problem. Und das können meiner Meinung nach auch beide Softwares gleich gut. In APP gibt es eine Funktion, die soll dazu dienen, eine Vignette aus einem Bild zu entfernen. Dann, wenn man zum Beispiel keine Flats gemacht hat oder wenn die Flats nicht gut funktionieren. Das hat bei mir noch nie funktioniert. Ich kenne auch niemanden, der sagt, funktioniert super bei mir. Also das ist einfach nur so da Werkzeug. Das funktioniert nicht wirklich gut. Also ich möchte sagen, das funktioniert ehrlich gesagt gar nicht. Das kann man ganz gut mit der Dynamic Background Extraction in PixInsight aber lösen. Dann habe ich gesagt, es gibt verschiedene Möglichkeiten der Nachbearbeitung in APP auch. Was es nicht gibt in APP ist zum Beispiel eine D-Convolution. Die gibt es dann in PixInsight wiederum. Zwar auch nicht ganz einfach, aber da gibt es jetzt ein Skript. Werde ich demnächst mal ein Video zu machen, wo man auch eine D-Convolution relativ einfach durchführen kann. Stretchen kann man in AstroPixel Prozessor. Es gibt eine Methode dafür. Da habe ich unterschiedliche Stimmen gehört. Ich benutze die nie. Mir gefällt das Ergebnis nicht so gut. Andere benutzen die. Denen gefällt das Ergebnis gut. In PixInsight weiß ich nicht. Gibt es ein halbes Dutzend Stretching Methoden und da weiß ich manchmal gar nicht, welche ich benutzen soll. Und benutze dann nachher einfach das normale Histogramm immer zum Stretchen. So, das waren nur mal ein paar Punkte, so Besonderheiten, die ich mal herausstellen wollte, die mir eingefallen sind. Vielleicht habe ich auch was vergessen. Dann könnt ihr ja mal in den Kommentaren was dazu schreiben. So, jetzt kommen wir ein bisschen zum Support. Also, beide Softwares sind auf Englisch. Es gibt, glaube ich, keine deutsche Version von AstroPixel Prozessor. Ich glaube, das ist alles auf Englisch. Dementsprechend ist der Support direkt von den Programmierern auch auf Englisch. Funktioniert über Foren. Also, es gibt ein PixInsight Forum. Es gibt aber auch ein AstroPixel Prozessor Forum. Und natürlich gibt es weit verbreitet in der Community Möglichkeiten, sich gegenseitig zu helfen in den Foren, auf Facebook, in verschiedenen Gruppen. Also, man kriegt da Hilfe. Aber, ja, irgendwie deutschsprachig ist es bei beiden Softwares nicht so weit verbreitet. Bedienungsanleitung ist so ein Thema bei beiden Softwares. PixInsight hat nie eine Bedienungsanleitung gehabt. Einzelne Prozesse, da gab es sehr, sehr ausführliche Anleitungen dazu. Wenn man den Prozess dann öffnet, dann kann man unten auf so ein kleines Anleitungssymbol klicken. Dann gibt es meistens sehr technische Anleitungen. Zu anderen Prozessen gibt es gar keine Anleitung. Das ist also sehr, sehr unterschiedlich. Und auch auf der PixInsight Seite gibt es zu manchen Dingen ausführliche, wirklich sehr technische Artikel. Und zu anderen Dingen gibt es irgendwie gar nichts. Beim AstroPixel Prozessor ist es so, ich habe die Software schon getestet 2017, als sie gerade rauskam. Dann gab es ein Handbuch. Das habe ich runtergeladen. Das hörte mittendrin auf. Und jetzt haben wir 2022. Ende 2022. Und das Handbuch hat sich überhaupt kein Deut weiterentwickelt. Und da sind die Leute auch echt schon sauer wegen, weil das immer wieder versprochen wird, dass es eine Anleitung gibt. Und die kommt und kommt und kommt nicht, wird aber ständig als ganz tolle Anleitung kommt demnächst versprochen. Zu PixInsight gibt es mittlerweile zwei Bücher, die wirklich sehr, sehr gut sind. Aber auch wieder nur auf Englisch. Das ist einmal das Buch Inside PixInsight von Warren Keller. Das habe ich eigentlich immer verlinkt unten und das besitzen viele schon und arbeiten damit. Ich möchte mal sagen, das ist so eine grundsolide Anleitung für PixInsight, mit der man die Software erlernen kann. Und die nötigsten Sachen kann man sich aus dem Buch auf jeden Fall rausziehen. Gibt es mittlerweile, glaube ich, in der zweiten oder dritten Auflage schon. Relativ neu ist ein Buch von Rogelio Bernal-Andreo. Das heißt Mastering PixInsight. PixInsight, das sind genau genommen zwei Bücher in einem und das ist wirklich die ultimative Anleitung für die Software PixInsight. Leider auch nur auf Englisch erhältlich und auch nur vom Autor privat. Also es gibt keinen Vertrieb, Amazon und so gibt es nicht. Und ich habe es nur digital, die Transportkosten, Portokosten aus Amerika sind leider genauso teuer wie das Buch selber. Ich glaube, das Buch kostet 14, 50 Euro und dann würden die Portokosten nochmal 40 Euro kosten. Deswegen habe ich es bisher noch nicht. Ich hätte es aber gern. Dann kann ich noch ein paar Internetseiten empfehlen für PixInsight. Die Seite LightVortex, da gibt es tolle Anleitungen und viele arbeiten damit. Dann gibt es ein unglaubliches Ding, ist die Seite von Adam Block, der wahnsinnig viele Videos zu PixInsight gemacht hat. Die sind allerdings nicht kostenfrei. Adam Block hat zwar auch einen YouTube-Kanal, wo er immer mal Videos hochlädt, die dann natürlich frei sind, weil sie auf YouTube sind. Aber das ist nur die Spitze des Eisberges. Die Masse an Videos, die gibt es leider nur gegen Entgelt. Und das ist auch nicht gerade günstig. Ich habe den einen Kurs und finde es wahnsinnig gut. Man lernt da nicht nur viel über PixInsight, sondern grundsätzlich über die Technik dahinter und über Astrofotografie generell. Und ja, kann ich nur empfehlen. Mache ich auch sehr häufig, ehrlich gesagt. Es gibt auf der AstroPixel Prozessor Seite einige Videos, auch englischsprachige Videos vom Autor selber. Die sind zwar sehr langwierig, aber sehr gut auch. Dann gibt es was von iTelescope. Das ist ein deutscher Astronom, der dort die Videos macht. Eine ganz tolle Stimme, super professionell gemachte Videos. Eher so einsteigermäßig. Es geht relativ schnell durch. Kann man aber gut einen Einstieg finden in die Software. Und von Sarah Vega gibt es, glaube ich, auch noch Videos. Und auf meinem Kanal gibt es selbstverständlich deutsche Videos zum AstroPixel Prozessor und zu PixInsight. Ganz weit vorne, was PixInsight angeht, ist die Gruppe PixInsight Österreich. Das sind einige Amateur-Astrofotografen aus Österreich, die wirklich seit Jahren irgendwie Unglaubliches leisten, was PixInsight angeht. Die machen das hauptsächlich eigentlich über Kurse, 1 zu 1 Kurse. Bieten dort Workshops an. Ich war selber noch auf keinem, aber ich glaube, die sind wirklich sehr, sehr, sehr gut. Und in dem Zusammenhang gibt es auch noch Videos vom Tommy Navratil auf YouTube gratis. Und der kommt so aus der Szene PixInsight Österreich. Die Community für beide Softwares ist groß, aber für PixInsight ist sie einfach größer. Also viele Leute benutzen AstroPixel Prozessor, aber viel, viel, viel mehr Leute weltweit benutzen PixInsight. Und das ist auch immer ein Argument, denn es gibt dann einfach auch viele Leute, die sich gut auskennen und die euch helfen können mit Problemen. So, bei AstroPixel Prozessor gab es zuletzt ein bisschen Unmut und zwar deswegen, weil wirklich monatelang kein Update gekommen ist. Dann ist im Mai diesen Jahres ein Update gekommen und da haben viele ihrem Unmut auch mal so ein bisschen freien Lauf gemacht. Da gab es zum Beispiel irgendwie einige Beiträge in den Forenzonen, haben gesagt, ey, da kommt irgendwie jahrelang oder monatelang kein Update. Dann kommt ein Update, was noch Fehler enthält und wo Funktionen drin sind, die man eigentlich nicht braucht, weil es in anderen Softwares eh viel besser schon gelöst ist. Dann wurde versprochen, dass da irgendwie jetzt regelmäßige Updates kommen und das war im Mai. Jetzt haben wir Ende Dezember und noch nicht mal wurden, zumindest meines Wissens nach, die Fehler, die es in dem letzten Update gab, mittlerweile behoben. Zum Beispiel habe ich hier um diesen Stacking-Vergleich gemacht, musste ich die neueste Beta-Version deinstallieren, weil ich es einfach nicht hinbekommen habe, die Bilder zu stacken. Es hat immer wieder Fehlermeldungen gegeben, egal was ich eingestellt habe. Es hat einfach nicht funktioniert und ich musste wieder downgraden auf die aktuell stabile Version und erst dann hat es wieder funktioniert. Also, ja, das ist nicht gut und dementsprechend gab es auch schon ein Posting, wo viele sich wirklich mal ein bisschen Luft gemacht haben, was überschrieben wurde mit, ist Astro Pixel Prozessor tot? Also wird sich die Software nicht mehr weiterentwickeln? Das ist so ein bisschen eine unschöne Geschichte und ja, will ich nicht unerwähnt lassen, weil ich finde auch, dass da zu wenig passiert und dass das einfach schneller kommen muss. Bei PixInsight komme ich nicht hinterher mit den Updates. Ich könnte einen YouTube-Kanal machen, der sich nur mit PixInsight beschäftigt und wo ich wirklich jede Woche ein Video zu PixInsight machen könnte. Und ja, so viele Updates kommen da, so viele Skripte kommen da, so viele Neuerungen kommen da. Das heißt aber nicht, dass PixInsight frei von Makeln ist. Um Gottes Willen. Ich hatte schon Sachen, gerade nach Updates muss man immer vorsichtig sein. Ich hatte es mal, dass wirklich über Wochen PixInsight mitten in der Arbeit immer abgestürzt ist und meine komplette Bildbearbeitung einfach für die Katz war und ich konnte von vorne anfangen. Das war mega ärgerlich und das wurde dann so ein bisschen geschoben auf, ja, blödes Windows. Wir arbeiten ja alle mit Linux, ja, die feinen Herren Programmierer arbeiten mit Linux, aber die meisten Leute haben eben einen Windows-Rechner. So, es gab den Stacking-Vergleich, den habe ich jetzt gemacht. Ich habe für, für oder wieder gesprochen, habe bestimmte Seiten beleuchtet beider Softwares und ihr habt jetzt hoffentlich so ein bisschen Überblick bekommen darüber, wie beide Softwares funktionieren und was vielleicht die geeignete für euch ist. Ich möchte nichtsdestotrotz so aus meiner Sicht mal ein paar Empfehlungen geben. Grundsätzlich kann man sagen, PixInsight ist ziemlich umfangreich, andere würden sagen kompliziert und für Anfänger eher nicht geeignet. Es ist eine unglaublich mächtige Software mit vielen Funktionen und Anfänger werden ganz einfach erschlagen mit dieser Fülle auch an Fachbegriffen und so weiter und so fort. Und hier ist Astro Pixel Prozessor in jedem Fall viel besser für Anfänger oder Leute, die so ein bisschen schon angefangen haben mit Astro Fotografie. Da ist also Astro Pixel Prozessor viel, viel leichter, intuitiver zu bedienen. Man kommt auch viel mehr rein und bekommt wirklich ziemlich gute Ergebnisse damit. Aber ich habe es am Anfang schon gesagt, so Pauschalaussagen sind immer schwer. Wenn jemand technisch sehr interessiert ist, vielleicht auch schon Vorerfahrungen hat, dann kann man auch mit PixInsight am Anfang glücklich werden. Ich hatte neulich jemanden, der noch relativ am Anfang stand. Da hat dann sich die Testversion von PixInsight geholt und hat gesagt, er ist völlig begeistert. Und so stimmen habe ich auch schon gehört. Wirklich blutigen Anfängern empfehle ich aber weder die eine noch die andere Software, was einfach damit zu tun hat, dass man sich ja eben bindet, dadurch, dass beide Softwares ordentlich Geld kosten. Und da gibt es Alternativen. Viele benutzen den Deep Sky Stacker. Und ja, weil das eben viele benutzen, ist das auch berechtigt, den zu benutzen. Und viele Funktionen, die ihr in den anderen Softwares, also PixInsight und AstroPixel Prozessor habt, die findet ihr da natürlich nicht. Aber zum Stacken von Bildern für Anfänger, why not? Vielleicht mache ich dazu demnächst auch mal ein Video. Eine Software, die ich sehr promote, weil ich sie toll finde, ist Siri. Die hat ungefähr den Umfang, also von den Funktionen, wie AstroPixel Prozessor kostet, aber gar nichts. Sie ist nicht ganz so intuitiv und leicht zu bedienen, aber ich habe dazu ja auch Tutorials gemacht. Damit sollte es eigentlich ganz gut klappen. Ja, und das ist eben so eine Sache. Preis-Leistungsverhältnis. Also Siri kostet gar nichts, hat aber die gleichen Leistungen, bis auf das mit den Mosaiken. Das klappt in Siri nicht, wie AstroPixel Prozessor. Ein Rat an die Fortgeschrittenen. Meine persönliche Meinung dazu ist die, dass man so früh es geht, anfangen sollte mit PixInsight. Also aus einem ganz einfachen Grunde, eine steile Lernkurve lässt sich am besten angehen, indem man sich einfach früh schon mit der Materie auseinandersetzt und PixInsight lernt. Es sind vielleicht Leute schon gescheitert an PixInsight, aber viele, die am Anfang gesagt haben, Mensch, ist das viel, ist das kompliziert, haben nach einer Zeit festgestellt, so viel ist das gar nicht, so kompliziert ist das gar nicht und einen Workflow, der funktioniert, den kriegt man hin. Das geht nur nicht eben an einem Tag, dazu braucht man ein paar Tage. Und deswegen habe ich auch viele Videos zu PixInsight schon gemacht und relativ wenige Videos zu AstroPixel Prozessor. Das hat gar nichts damit zu tun, dass ich eine Software bevorzuge oder nicht. Es ist einfach schnell gesagt bei AstroPixel Prozessor und bei PixInsight, wie gesagt, gibt es immer neue Dinge, die dazukommen. Schwer, glaube ich, wird es für Leute, die schon wirklich gut sind in Adobe Photoshop oder einer ähnlichen Fotobearbeitungssoftware. Und das Problem hatte ich auch, denn ich habe vorher, vor PixInsight viel mit Photoshop gearbeitet und diese Umstellung von diesem Visuellen, ich mache was an dem Regler und sehe, was im Bild passiert, dass das in PixInsight nicht mehr so ist und dass es alles eher über Zahlen geht und Vorschauern eher nicht so sind und Ebenen auch eher nicht so da sind. Das hat mich total verwirrt am Anfang in PixInsight. Und da kann ich mir vorstellen, dass da so eine Art natürliche Abneigung gegen PixInsight gibt, weil es wirklich komplett anders ist wie zum Beispiel Photoshop. Also die Leute, die werden sich eher mal schwer tun, aber ich habe es ja auch geschafft. Also man kann das lernen. Wenn Mosaike für euch wirklich wichtig sind und ihr sagt, ich mache ständig Mosaike, ich liebe Mosaike, dann ist der Astro Pixel Prozessor definitiv die Software für euch, denn da funktioniert das wirklich. Ja, es geht durch wie Butter. Wie durch Butter. Das geht wie durch Butter, so heißt es. Ja, auch wenn ihr sagt, Bildbearbeitung ist eh nicht mein Ding, ich möchte nicht so ewig stundenlang rumfummeln und hier noch da irgendwie was machen und hier noch Kleinigkeiten und so. Ich will einfach nur ein Bild stacken, so ein bisschen bearbeiten, stretchen, dann ins Internet stellen. Fertig, Astro Pixel Prozessor ist die Software für euch. Ja, und auch wenn ihr sagt, ich will wirklich nur auf einen Knopf drücken und dann soll es losgehen, ich möchte am Ende ein fertiges Bild haben, dann Astro Pixel Prozessor, nicht Pixel Insight. Da werdet ihr dann nicht glücklich mit. Aber da kommen wir wieder zum Punkt, dann kann man auch mal Siri ausprobieren und spart sich das Geld für den Astro Pixel Prozessor. Also das würde ich dann auf jeden Fall einmal vorher ausprobieren. Aber wie gesagt, es gibt die Testversion von Astro Pixel Prozessor und dann könnt ihr beides nebeneinander mal testen. Und dann findet ihr das schon raus. Was für fortgeschrittene Astrofotografen, manchmal auch Profis genannt, ist es eigentlich gar nicht mehr so eine Riesenfrage jetzt irgendwie, welche Software besser ist. Also Profis oder fortgeschrittene Astrofotografen, die geben natürlich nicht unnötig Geld aus, aber sie haben eine höhere Bereitschaft, mal Geld auszugeben für, sei es für Equipment oder für Software. Ja, und sich dann eben zu committen, sich zu binden an ein Produkt. Ja, und dann ist es ganz einfach die Frage, welche Software liegt mir eher? Für einen Profi-Handwerker stellt sich auch nicht die Frage, wie mache ich ein Loch in die Wand? Nehme ich dafür einen Hammer oder eine Bohrmaschine? Was der Anfänger vielleicht noch überlegt, ja, wie macht man das denn eigentlich? Und für einen Profi ist das irgendwie gar keine Frage mehr, ja? Um es wieder auf die Bildbearbeitung zu kriegen, ich habe schon eine Vision von einem Bild und weiß, was da am Ende ungefähr rauskommen wird. Also ich habe schon so ein Ziel, so ein Bild, während der Anfänger vielleicht noch ausprobiert und sagt, spannend, ah, wenn ich hier drauf drücke, passiert das, wow, cool. Aber als fortgeschrittener Astrofotograf weiß ich das schon. Und da ist es nicht mehr die Frage, wie komme ich zum Ziel, sondern mit welchem Werkzeug ist es für mich am angenehmsten, am schönsten, am effektivsten vielleicht auch zu arbeiten. Das heißt irgendwie Profis werden dann einfach schauen, was ist für mich die beste Software, womit komme ich am besten zum Ziel, was ich wie gesagt vorher schon im Kopf habe. Oder anders gesagt, ich werde mit der einen und der anderen Software, also mit der Kombination Astro Pixel Prozessor und zum Beispiel Photoshop, werde ich euch das gleiche Bild machen wie mit PixInsight und andersrum. Da werdet ihr nachher nicht sehen, aha, das hat er in der einen oder in der anderen Software bearbeitet. Der Profi-Handwerker, der überlegt sich dann, bohre ich das Loch in die Wand mit der Bosch oder mit der Festool Bohrmaschine, ja. Aber ein Loch gibt es nachher in jedem Fall. Macht euch mal frei von dem Gedanken, dass ihr mit der einen oder anderen Software, mit der einen oder anderen Kamera, mit dem einen oder anderen Teleskop bessere Bilder macht. Ja, das ist einfach, das wird nicht passieren. Die Qualität eurer Bilder, das hängt letztendlich von eurer Einstellung im Kopf ab und alles andere sind da nur Werkzeuge. Klar, für den Anfänger ist das noch spannend, irgendwie die Werkzeuge kennenzulernen. Und wie gesagt, für den Profi ist das nur noch die Frage, nehme ich jetzt den Hammer oder nehme ich die Bohrmaschine? Ich komme auf jeden Fall zum Ziel. Ich hoffe, dass ich mit dem Video mal so ein bisschen zeigen konnte, dass weder die eine Software noch die andere Software besser stackt. Das haben wir jetzt, glaube ich, ziemlich eindeutig bewiesen, dass das auf gar keinen Fall stimmt. Ich hoffe, ich habe die Unterschiede und die Qualitäten der Softwares herausgestellt und ich hoffe, es hat euch ein bisschen bei der Entscheidung geholfen. Wenn ja, hinterlasst mir ein Like, abonniert sehr gerne den Kanal. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Ach ja, es gibt von beiden Softwares Testversionen. Probiert es doch einfach mal aus.